Ob Fernseher, Gefrierschrank oder Wasserkocher, im Haushalt wird Strom gebraucht und im Haushalt lässt sich viel Strom und damit auch Geld sparen. Das kann ganz einfach sein. Drei Beispiele. Dieser 60 Zoll LED-Fernseher etwa. Groß ist schön, aber groß wird auch schnell teuer. Wenn das Gerät täglich vier Stunden läuft, dann spart ein 32 Zoll Fernseher im Vergleich zu einem fast doppelt so großen Modell viel Geld. Nämlich 68 Euro im Jahr. Oder dieser Gefrierschrank A++ mit 110 Litern ist ein Stromfresser, wenn sich eine Eisschicht bildet. Bei Bedarf abtauen, spart 25 Euro jährlich. Und sogar dieser kleine Wasserkocher kann Geld sparen. Wer täglich zwei Liter Wasser erhitzt, spart damit im Vergleich zum Elektroherd 19 Euro im Jahr. Allein mit diesen drei Geräten lassen sich viel Geld und viel Strom sparen. Und Strom, der nicht gebraucht wird, muss auch nicht produziert werden. Strom sparen ist deswegen ein wichtiger Bestandteil der Energiewende in Bayern. Das die Tage located yn f χAPPEN من 2 MIG. Is that. Hol zone ole. Is. 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 I. Is. Isaiah.